Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 20. Bundesligaspieltag, Halbspiel gegen VfL Bochum, 50 Jahre Fanfreundschaft, Stimmung war dementsprechend gut im Stadion. Ja, Spiel war, ja, ich hatte 15 Uhr getippt, hätten wir auch locker machen können, wenn man die Chancen sieht, die wir in der zweiten Halbzeit so die letzten 20 Minuten noch hatten. Ja, wir können voll zufrieden sein, klar können wir jetzt wieder das Heine Suppe suchen, was wir gleich auch machen werden, aber wir haben 13 Uhr gewonnen beim Spiel, was vor Paris ist, was schon in den Hinterköpfen war, hundertprozentig, nicht nur bei den Fans, auch bei den Spielern auf dem Platz und Bochum hat es für seine Verhältnisse gut gemacht, stand nicht nur super tief hinten drin, hat ein bisschen was versucht. Ja, zu uns, wir haben uns schwer getan, ja, wir haben uns wirklich schwer getan, gerade erste Halbzeit, dann haben wir das Tor gemacht, danach war dann irgendwie ganz der Faden weg, 20 Minuten lang, also ganz wild, lag aber auch daran, wie gesagt, habe ich es schon in meinem Short gesagt, die linke Seite, erste Halbzeit war tot, ja, man wundert sich, warum Knabry, Knabry war der Spieler mit den meisten Ballkontakten, zumindest in der ersten Halbzeit, wir gucken gleich in die Statistik rein, ich weiß ja nicht, ich habe noch nicht geguckt, ja, weil linke Seite war tot einfach, ja, Cancelo, nicht Cancelio, sondern Cancelo, ich habe gelernt, Leute, also Cancelo, komplett überfordert auf der Seite, er musste jedes Mal den Ball annehmen, musste sich dann auf den anderen Fuß legen, man hat es dann gesehen, wo er auf der anderen Seite gespielt hat, wie gefährlich er direkt war, also komplett sinnfrei diese Aufstellung, ja, eine Waffe, die er war in den letzten beiden Spielen so zu entschärfen, indem man ihn auf die verkehrte Seite stellt, I don't know why, damit ein Pavard spielen kann, I don't know, keine Ahnung, hätte sie Knabry draußen gelassen, hätte sie ihn rechts offensiv gestellt, hätte sie hinten links, ja, hätte sie einen Davis gemacht oder einen Stunny, so wie es dann in zweiter Halbzeit auch umgestellt wurde, aber da hat er halt auch nicht mehr viel Zeit gehabt, der Cancelo, aber man hat gesehen, direkt eine scharfe Flanke rein, ja, die Schupo kläglich vergeben hat, ja, I don't know, habe ich nicht ganz verstanden heute, generell so ein paar Umstellungen habe ich nicht verstanden, zweite Halbzeit dann, ja, auch da die ersten 20 Minuten, so weiß ich nicht, Schlafwagenfußball, wie gesagt, völlig okay, ja, wir schonen Kräfte fürs Spiel in Paris, fühle ich gar kein Problem, ja, nichtsdestotrotz, muss man es ansprechen, wir waren heute nicht einmal irgendwie so im Vollgang, ja, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem drei Tore gemacht und hatten noch sehr gute Chancen für locker drei weitere, ja, muss man mal ganz klar so sagen, allein Coman hatte noch zwei Riesendinger, Taylor hatte das Riesending, das andere Ibrahimovic, das Ding, also Chancen zweiter Halbzeit, gerade so die letzten 20 Minuten hatten wir ohne Ende, obwohl wir nicht wirklich mehr Vollgas gespielt haben, ja, muss man ganz klar sagen, aber die jungen Wilden hatten halt noch Bock, ne, muss man mal ganz klar so sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Gut, würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistik rein, bin selber mal gespannt, Ballbesitz 65 zu 35, Fouls ausgeglichen, Zweikämpfer haben wir 52% gewonnen, Schüsse aufs Tor 12-1, Schüsse insgesamt 23-7, Ecken 6-3, angekommene Pässe 501 zu 222, Trinken, Flanken 11-8. Schüsse insgesamt, Knabry 2, Müller 2, Ibrahimovic 2, dafür dass Ibrahimovic nur 15 Minuten auf dem Feld war, hat er genauso viel wie die anderen Beine, sollte man sich Gedanken machen. Torschussvorlagen muss ja alle eine, sonst gab es keine Torschussvorlagen, ja, wir haben drei Tore gemacht, also, also, I don't know, was hier los ist. Zweikämpfe gewonnen, Delich 10, Sané 8, Koretzka 6, Ballkontakte 104, Knabry, ja, ist einfach um Knabry und Pavard geschuldet, das alles über die rechte Seite gegen erste Halbzeit. Pavard 93, Koretzka 82, gefoult worden, jo, können wir uns schenken, komm, wir können in die Aufstellung reingehen. Diese Aufstellung hat mich ein bisschen überrascht, habe ich nicht ganz verstanden, ähm, I don't know. Ich hätte es eben nicht verstanden, hätten wir mit Dreierkette gespielt und Cancelo weiter davor geschoben, so wie es teilweise dann auch mal aussah, aber war dann auch nicht so richtig, wirklich irgendwie ganz wild irgendwie, so erste Halbzeit, weiß ich nicht, waren sich wohl selber nicht einig, die Spieler oder was. Okay, Sommer, Sommer hat einen Ball, er musste einen Ball richtig, richtig zupacken, dann hat er dann noch gut über die Latte gelenkt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, eine gute Drei, war nicht wirklich gefordert, äh, hat die Bälle gut rausgespielt, alles gut. Pavard würde ich auch eine Drei geben, ähm, ja, ja, geben ihm eine Drei. Ich hätte von ihm einfach ein bisschen mehr erwartet, wie lange er gebraucht hat in der ersten Halbzeit, um einmal in Knabry zu hinterlaufen, ähm, weiß ich nicht, also ganz schwierig. Er hat dann in der zweiten Halbzeit noch eine gute Flanke geschlagen, hier auf Ibrahimovic, die Chance da, ähm, da war er ein bisschen offensiver, zweite Halbzeit noch ein bisschen besser gefallen, ähm, ja, eine Drei. Die Ligt, würde ich eine gute Drei geben, die Ligt war für mich heute Stabilze da hinten, ähm, wir haben es auch an den Zweikampfwerte gesehen, ähm, komplett unaufgeregt, konzentriert, äh, im Gegensatz zum Opa, Opa hat sehr stark angefangen und hat dann doch wieder seine zwei, drei halben Wackler drin gehabt, also, ähm, weiß ich nicht, was da wieder los ist, wenn er wieder irgendwie ein bisschen unsicher ist. Ich sehe ihn auch bei einer Drei, aber bei einer etwas schlechteren Drei, ähm, da muss es eine kleine Steigerung kommen, wenn er gegen Paris, ähm, da auch auflaufen will. Bin ich sehr gespannt, ob dem so sein wird. Musiala, I Musiala war leider der Position geschuldet, komplette Außenspieler, heute, ja, muss man mal ganz klar so sagen, hat der Defensiv viel geackert, ähm, ja, war teilweise der Sechser, ja, wenn Koretzka, äh, einen Tacken weit da vorne war, war er der Sechser, also, komplett verschenkt der Spieler auf dieser Position, ich weiß nicht, was der Nagelsmann da sieht, Alter, äh, ist ein Trauerspiel. Wir haben es gesehen, er hat im zweiten, da hat Blind dann mit den defensiven Part gespielt, ja, dann macht er das gleich, ja, ja, dann muss er dich halt entscheiden, dann muss er halt einen Knabry draußen lassen oder Müller draußen lassen, Punkt, ja. Also, wir haben gesehen, wie stark Musiala ist, wenn er vorne die Räume kriegt, wenn er vorne spielen darf, aber auf der Sechs, also, er war ja heute schon ganz selten mal auf der Acht, also, komplett verschenkt, würde ich ihm gar nicht so im Vorwurf machen, hat sich bemüht, hat geackert, ähm, hat trotzdem ein, zwei Szenen noch mit vorne gehabt, wo wir erste Halbzeit mal so eine Viertelstunde Kombinationsfußball vorne gespielt haben, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, da war so ein bisschen Flair der Hinrunde wieder, aber danach ist es dann auch, äh, abrupt abgebrochen, ne, erste Halbzeit, muss man fairerweise auch sagen. Koretzka für mich heute bester Mann auf dem Platz, äh, gebe ich heute eine ganz klare Zwei, ähm, ja, hat trotzdem ein, zwei Wackler drin gehabt, aber bärenstark, also hat die Position für mich um Längen besser interpretiert wie ein Kimmich. Allein defensiv, äh, erste Halbzeit, ich weiß gar nicht, erste Viertelstunde war es, wo er die Gretsche in der Außenlinie rauspackt, ansonsten auch viel, viel robuster in den defensiven Zweikämpfen, ja, hat die Leute auch mal zusammen gepfiffen, ähm, und trotzdem noch sehr gute Akzente nach vorne gesetzt, ja, also für mich Koretzka heute ein bärenstarkes Spiel und, ähm, wie gesagt, wenn man das mit den letzten Leistungen vom Kimmich vergleicht, alter, also, klar kann man jetzt sagen, war ein leichterer Gegner mit Bochum, ähm, stimmt auch, ja, muss man mal sehen, aber leider wird der Kimmich jetzt am Dienstag schon wieder auflaufen. Aber Koretzka heute ein bärenstarkes Spiel auf der Position, also hat er mir sehr, sehr gut gefallen auf der Pose, ja, auch die, die Pässe, die er in die Spitze gespielt hat, ähm, da sieht man, dass er nicht unbedingt der Box-to-Back-to-Box-Player sein muss, ja, er kann auch sehr gut den Sechser-Part spielen, gerade vor allem defensiver war er auf jeden Fall aggressiver und stabiler wie ein Kimmich, ja, und trotzdem hat er sich angeboten, hat die Pässe gespielt, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Cancelio, äh, habe ich schon gesagt, oder Cancelo, da habe ich schon gesagt, ähm, erste Halbzeit komplett überfordert auf der Seite, ja, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, was den Nagelsmann da geritten hat, habe ich nicht verstanden, man hat es gesehen, wenn er dann mal vorne war und hat mal einen Ball gekriegt, dann musste er erst den Fuß wechseln, äh, umlegen, dann die Flanke andersrum schlagen, also, I don't know, komplett sinnfrei, Alter, weiß ich nicht, was in den Schädeln vorgeht, ey, I don't know, ich habe es nicht verstanden, komplett, äh, man hat es auch gesehen, er war komplett unzufrieden, kam gar nicht richtig ins Spiel rein, die Aktion, die er hatte, immer verkehrter Fuß, ähm, ja, da hat man sich selber ein Eigentor mitgeschossen, will ich eine vier geben heute, ähm, zweite Halbzeit, die paar Minuten, die er noch gekriegt hat, war er gut auf der Seite, erste Halbzeit war das nix, äh, Knabry, Knabry tue ich mich wieder schwer heute, ich sehe ihn bei einer guten drei, ähm, bedingt, ja, dass alles über seine Seite lief, ist er ganz gut ins Spiel gekommen, ähm, hat es dann aber wieder in den entscheidenden Phasen echt vermasselt, ähm, ja, hat dann sein Tor durch den Elfer gemacht, ähm, ja, weiß ich nicht, war viel Licht, aber auch viel, viel Schatten wieder, so nach hinten, Arbeit und so, war gar kein Bock vorhanden, ähm, aber für, wenn wir Knabry jetzt für Knabrys, auf Knabry-Level nur bewerten, war es auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten, oder zu den ersten vier Spielen in der Rückrunde, das muss man ganz klar sagen, also von daher sehe ich ihn bei einer drei. Sané war heute ein bisschen schwächer, würde ich bei einer vier sehen, oder bei einer schlechten drei, ähm, oder bei einer guten vier, war bemüht, wir haben es auch gesehen, Zweikampfwerte, äh, defensiv immer hinterher und sowas, aber nach vorne ging relativ wenig, ne, also hat es nicht geschafft, auf der Position, was eher dann die 8 war, zwischendurch mal die 10, äh, hat es nicht geschafft, das Spiel irgendwie in den Griff zu kriegen, also da wäre ein Musiala auf der Pose definitiv besser gewesen. In der guten Phase, die wir hatten, erste Halbzeit, diese viele Stunden, 20 Minuten, wo wir gut kombiniert haben, waren Sané auch dabei, hat er gut gespielt, aber im Großen und Ganzen war das ein bisschen wenig für das, was er kann, ähm, hat man auch gesehen bei der Auswechslung, dass er mit sich nicht zufrieden war, hat man aber auch schon auf dem Platz gesehen, dass er mit sich nicht zufrieden war, ähm, finde ich gut, ähm, ich denke, da wird, äh, gegen Paris eine Steigerung kommen. Schuppu heute auch nicht wirklich präsent, ja, ähm, ja, hat ein-, zweimal die Bälle ein bisschen tropfen lassen, so, aber war jetzt auch nicht so präsent wie, wie die letzten Spiele, er ist immer so ein bisschen verletzungsanfällig, vielleicht war er heute so ein bisschen im Hinterkopf, ja, Paris steht vor der Tür, da will ich unbedingt spielen, ist auch nochmal ein Ex-Verein, will ich gerne zeigen, dass ich mehr wie ein Ergänzungsspieler bin, bla, Sulz, kann sehr gut sein, würde ich heute bei einer schlechten 3 sehen, Müller würde ich heute bei einer guten 3 sehen, ähm, war für mich jetzt auch nicht so überragend, ja, ähm, ja, hat dann das Tor gemacht, ähm, Müller-mäßig, ähm, was dann irgendwo der Dosenöffner war, von daher, ja, na klar, aber ansonsten, weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz gefühlt, diese Aufstellung, obwohl wir, wie gesagt, wirklich gute 15, 20 Minuten hatten, die wirklich super ansehnlich waren, ja, wo wir wirklich schnell gespielt haben, kombiniert haben vorne, aber das ist dann abrupt abgerissen, wir haben dann abrupt erstmal vier Gänge rückwärts, äh, reingeschoben und dann war, äh, irgendwie sind wir auch gar nicht mehr richtig reingekommen, ja, äh, möchte ich, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, möchte ich denen gar keinen Vorwurf machen, wie gesagt, Paris steht vor der Tür und das kann man schon verstehen. Davies war schwach, wo er reingekommen ist, ähm, weiß ich nicht, komplett verunsichert irgendwie, keine Sicherheit in den Zweikämpfen, in den, selbst die Laufduelle hat er defensiv verloren, hat sich da vernaschen lassen, wie ein B-Jugendlicher. Ich habe es schon immer gesagt, äh, wurde ich ja schon oft genug kritisiert in den Kommentaren, Davies ist halt defensiv nicht so stark, ja, wie ein starker, äh, linker Verteidiger, das kommt dann immer gegen Spieler, die vorne ein bisschen was können, sieht man das. Er ist schnell, defensiv, keine Frage, aber da fehlt ihm ein bisschen die, die Cleverness-Defensiv. Offensiv, ja, brauchen wir uns nicht unterhalten, wenn er durchkommt und so, aber im Moment hat er einfach keine Form, Punkt, ja. Und man hat heute auch ganz klar gesehen, dass immer noch so die Abstimmungen fehlen, ja, und so die Laufwege und sowas. Ähm, ist aber auch verständlich, ich habe es gesagt, wir haben eine schlechte Vorbereitung, kaum eine Vorbereitung gehabt, ist völlig normal. Ibrahimovic, 15 Minuten auf dem Platz, Alter, hat mehr Akzente gesetzt wie ein Müller, äh, ein Sané, äh, zusammen und ein Schuppo. Ja, also, die Ballaktion, die er hatte, super, sehr ansehnlich, äh, kann man mal öfters reinwerfen, wenn der Junge immer so auftritt, würde ich sagen. Ähm, Tell, ja, Tell ein bisschen glücklos, engagiert wie immer, gerannt, geackert, das Ding hätte er machen müssen, da fünf Meter, hätte er sogar noch annehmen können und sich die Ecke aussuchen können. Ähm, aber gut, wenn du wenig spielst, bist du ein junger Jaust, ne, ähm, ähm, ja, hat einfach ein bisschen das Glück gefehlt, hat den nicht richtig getroffen. Ähm, ja, Blind hat es gut gemacht, wie immer, souveräner Mann hat dann, der hat die sechs gespielt, dann neben Koretzka, ähm, war okay, war jetzt nichts Überragendes, war auch nur Bochum, alles gut, ne, kann es jetzt schlecht bewerten. King hat es natürlich gut gemacht, natürlich das Glück gehabt, hat das Ding gleich reingemacht, aber auch danach in Aktivposten gewesen, ähm, und noch ein, zwei sehr, sehr gute Chancen gehabt, ja, einmal hätte er sogar spielen müssen, aber ich finde es ganz gut, dass er jetzt ein bisschen eigensinniger wird und ein bisschen mehr selber auf Tore geht, finde ich okay, ähm, da kann man auch mal ein, zwei verziehen, da, solange man es versucht, ist doch, äh, alles schnieke, ne. Ja, das dazu, ähm, ja, ansonsten gebe es nicht viel, das wird hier heute ein kurzes Video, ich habe nichts zu meckern, wir können nicht meckern, ne, wir haben 3-0 gewonnen, ähm, beim Spiel, wo die Motivation erstmal da sein muss, vor so einem Kracher wie Dienstag gegen Paris, ja, von daher war es wirklich okay, dem einen oder anderen hat man ein bisschen angemerkt, so, ja, weiß ich nicht, ich mache mal so ein bisschen schongangmäßig unterwegs, ähm, ja, was man dann irgendwo verstehen kann, ist menschlich, auch wenn es nicht gewollt ist, das ist einfach im Hinterkopf, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ja, es ist halt für uns so jetzt erstmal das Spiel der Rückrunde, ja, da geht es jetzt darum, ähm, wird das eine gute Saison oder wird das eine mittelprächtige Saison, ja, wenn wir da ausschreien gegen Paris, dann ist die Saison schon nur noch so mittelprächtig, ne, ähm, also von daher, ich bin sehr gespannt, ich habe auch nur den Kommentator gehört, also Paris in der Krise ausgeschieden unter der Woche im Pokal, ähm, gut, wir sind auch nicht in Topform, also kann es ein Spiel auf Augenhöhe werden, denke ich. Ja, ich bin sehr gespannt, es wird viel vom Spielglück, vom Spielverlauf abhängen, denke ich, ja, I don't know, ich bin mal gespannt, vielleicht überrascht uns der Nagelsmann noch mit irgendeinem Schachzug, ähm, aber ich glaube es nicht, also da können wir Kimmich Koretzka erwarten in der Mitte, ähm, ich bin gespannt, was mit Cancelo ist, ob er ihn rechts hinstellt und Pavard rauslässt, ähm, bin ich mir auch nicht sicher, vielleicht will er besser lieber die defensivere Variante haben mit Pavard und einer Viererkette, I don't know, wir sehen, ähm, Frage ist, spielt er dann wieder links, oder weiß ich nicht, wie gesagt, das war nix links, das war defensiv und offensiv nix, also, I don't know, verschenkt. Naja, gut, Leute, das soll's gewesen sein, heute kurz und schmerzlos, ähm, bedanke mich fürs Zusehen, wir hören uns am Mittwoch, ja, wer Bock hat, zum Spiel gegen Paris, ich denke, da gibt's ein bisschen mehr zu erzählen, hoffe ich doch zumindest, in diesem Sinne, bleibt gesund, rot-weiße Grüße, tschüssi.